So, wo brauche ich denn... Wofür brauche ich denn diese Keycard? Hier? Ah. Gut Tag. So. Was ist das hier? Na, sieh mal einer an. Der Fahrstuhl geht wieder. Großartig. Hier kommen wir nicht vorbei. Dann muss ich doch die andere Richtung nehmen. So. Äh, ja. Unsere Aufgabe ist, zurück zum Fahrstuhl zu gehen. Wo war der? Ah, hier. Ist der überhaupt noch da? Hey, ja. Äh, wieso liegen Buntstifte drin? Und wieso... Ähm, hallo? Kann ich die Augen drücken? Was? Finde den Code auf dem Band. Was für ein Code. Was für ein Band. Kann ich mich ducken? 9... 1... 0... 9109... 2. 91092. 910992. Aber muss ich die Dings wieder einsetzen, oder was? Oh Gott, ich muss die wieder einsetzen. Oh, das ist nicht gut. Das... Äh. So, 01092 war das... Warte mal, wie war das jetzt nochmal? Hat jemand aufgepasst? 9. 9... 9... 1... 9... 1... 092. 91092. Äh. 9... 1... 0... 9... 2. Falsch? Äh. Was ist das denn? Wie ist es da im Fahrstuhl? Oder ist es 2? Muss ich da auch... Muss ich da drüben rein? Ach, er sitzt da schon wieder. Warte, nochmal genau hingucken. Also, 9... 1... 9... 1... 9... 1... 092. 9... 1... 092. 9... 1... 0... 9... 2. War, glaube ich, richtig. Glaube ich. Fahren wir wieder? Bin mir nicht sicher. Hey, ist das eine Fahrstuhlfahrt? Juhu. Noch verfahren wieder. Glaube ich. Stopp! Wir können selber anhalten. Ich dachte, das geht nicht. Äh, der Knopf ist rausgefallen, oder? Nee. 1... 0... 9... 2! Ah, der Nachbar ist wieder da. Moin! Hm, da ist doch mal ein toller Automat. Der Fahrstuhl endet hier anscheinend. Meine Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Muss ich zum Automaten? Kann ich... Ich kann rennen. Das ist gut. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Das ist alles sehr unangenehm. Worauf laufe ich denn hier? Alter, ich laufe hier auf Leichen. Äh. Den darf ich bestimmt nicht zu nahe kommen, oder? Da ist das alles sehr unangenehm. Kann ich hier langlaufen? Ah, das geht. Okay. Steht der auf dem Automaten drauf? Ja, der steht auf dem Automaten. Ah! Ich meine, hey. Ah, cool. Alter. Habe ich mich jetzt erschrocken? Muss ich die einmal alle in mich rein infiltrieren lassen, oder so? Das klingt komisch, ich weiß. Geht's hier noch weiter? Ich frag für'n Freund. Anscheinend nicht. Das ist alles sehr verstörend. Entschuldigung. Äh. Okay, wenn ich so lange im Wasser bleib', dann fängt das Rauschen an. Das ist bestimmt nicht gut. Ich kann auch nicht springen. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Wo bin ich denn hier? Ich, äh. Entschuldigung. Also sterben tun wir anscheinend ja nicht durch den. Da ist noch jemand. Hallo! Na, hallo! Hui! Was ist mit ihm denn da unter Wasser? Na, wie ist denn so der Badespaß? Ja. Oh, Alter. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich hab echt Gänse auf. Das ist schon ein bisschen... Ist ein bisschen unangenehm. Sind die dann alle weg oder tauchen die irgendwie wieder auf? Da hinten ist noch jemand. Ich komme. Geh weg, das ist mein Automat. Hau ab! Hui! Ich einverleibe die mir jetzt alle. Irgendwo hab ich da noch einen gesehen. Da hinten ist noch einer. Da! Komm her! Uah! So, war's das? Muss ich die jetzt alle mitnehmen? Bin nicht hier der Fahrschulführer? Da ist noch jemand? Ach, da ist noch jemand. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ne? Trotzdem unangenehm. Auch noch jemand, die irgendwie einen Finger an den Kopf oder so? Oder irgendwie vielleicht ein Herz? Oder eine Lunge? Gibt's hier heute? Im Automaten. Zum selber ziehen. So. Ich glaube... Ich glaube, wir haben dann alle, oder? Also hoff' ich mal. Ich hoffe, wir haben alle. Weil ich sehe auch keinen tatsächlich. Also mehr. Ich geh mal wieder Richtung Fahrstuhl. Wir haben auch kein Quest, ne? Also wir haben ja kein... Hm. Wir haben auch keine Quest jetzt irgendwie. Äh, warte mal. 4, 3, 1, 1. 4, 3, 1, 1. Und let's go. Ich habe so eine bittere Befürchtung, dass wir hier lange noch nicht fertig sind. Und... Ich weiß noch nicht genau, was wir tun sollen. Da ist noch jemand. Aha! Hallo! Ich komme! Ist halt schwierig, die auch zu sehen, Zombies. Was? Schwierig, die zu sehen? Wo geht's denn hier hin? Nirgendwo. Ich glaube, wenn wir jetzt das Grüne komplett laufen, dann ist es eh vorbei. Oh, nee, das ist nicht gut. Okay, dann sterben wir. Wir sollten also auf dem Leichenberg bleiben. Ich versuche hin und wieder mal noch jemanden zu sehen, aber... Das müsste der Automat sein. Da ist auch nichts. Also ich weiß nicht, ob das richtig war, jetzt da die... die Leute einzuverleiben. Aber... Es ist ja nichts passiert anscheinend. Und ich sehe auch sonst niemanden. Vielleicht haben wir jetzt den letzten. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es richtig war, ne? Oh, nein. Uah, nein. Uah. Kommen wir für jeden Fall da rüber oder da hin? Okay. Hier so. Hier geht's. Im eigenen Morast hier runter zu kommen... äh, runter zu gehen. Oder unter zu gehen, besser gesagt. Schwamm da gerade irgendwas? Ich kündige. Kommt man... Da kommt man rauf. Okay, da. Ah, da. Wie komme ich denn da hin? Das ist alles so unangenehm. Komme ich da hin? Ja. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Entschuldigung! Hallo! Wo ist denn hier der Ausgang? Ich soll nach Hause. Das war meine Mission. Jetzt hänge ich hier im Sumpf. Voller Leichen. Ich hab... Ja. Vielleicht kann mir jemand helfen. Der Fahrstuhl ist kaputt. Hm. Gut. Ja. Jetzt sind wir hier. Und... Es ist sehr schön hier. Es ist grün. Ja. Ich geh mal Richtung Fahrstuhl. Guck mal hier. Glühwürmchen. Oder? Pfff. Ah. Okay. Da auch. Die Fireflies sind da. Oh. Hä? I. I. Die Hand wird es im Aufzug gebracht. Sammle Hände. Was? Okay. Ja. Was man nicht so alles macht. Man sammelt den ganzen Tag Hände. Hände. Ich hab noch eine Hand. Drei müssen wir noch sammeln. Äh. Okay. Da ist noch was. Tja. Was machst du so in deinem Hobby? Ich sammle den ganzen Tag Hände. Von toten Menschen. Ja. Drei aller. So. Ja. Weil ich sonst nichts anderes zu tun habe, sammle ich Hände. Das ist mein Hobby. Ich hab den ganzen Tag Spaß daran. Und. Ja. Und sonst. Ja. Wie es nun mal so ist, ne? Wenn man Hände sammelt. Geht man über Leichenberge. Bist man irgendwo hier in so einem grünen Sumpf. So. Das ist die ein. Ne. Die zwei. Einen noch. Okay. Wo ist der Letzter? Warte. Da. Ne. Hä? Wieso ist denn auf einmal eine Crowbar da am Liegen? Oh, da. Da muss man hin. So. Warte. Haben wir gleich. Oh, ne. Da waren wir glaube ich schon, ne? Oder? Oder? Nein. Da. Ja. So. Kehre zum Fahrstuhl zurück. Müsste normalerweise jetzt die Quest sein. Wenn ich ihn finde. So. Ja. Wo ist denn jetzt der Fahrstuhl? Ich. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin auf der Suche nach dem Fahrstuhl. Vielleicht kann mir hier von jemand helfen. Ich weiß ja nicht. So. Warte mal. Da ist noch ein Automat. Da auch. Aber der leuchtet noch. Ah, ne. Da ist der Fahrstuhl. Gehen wir mal. So. Ja. Da wären wir also wieder. Im Fahrstuhl. Fahrstuhl. Heißt also. Für uns. Wat? 1, 3, 5, 2, 4. 1, 2, 5, 2, 4. Löse das Rätsel mit den Händen. Was soll ich denn damit machen? Kann ich damit irgendwas machen? Warte mal. 5. Ach so. Das ist die erste Zahl. 2, 4. Oder das hier. Ne. 5. 2, 4. 3, 1. 5, 2, 4, 3, 1. 5, 2, 4, 3, 1. Ist das richtig? 2, 4, 3, 1. Aber was ist das? Ist das 0? 2, 4. Sind das 3 Finger oder 2 Finger? Ne. 2, 4, 3, 5, 1. Es scheint nichts mehr zu geben. Das ist super. Oder ist es 5, 4, 5, 4. 5, 4, 5, 1. 5, 5, 5, 1. Aber was ist 3? 5, 1. 5, 1. 5, 1. 2, 2, 0. 5, 1. 5, 1. 2, 2, 0. 5, 1. 2, 2, 0. Was? So, oh, Gott sei Dank. So, wir wollten ja eigentlich nach Hause, ne? Umarme deine Frau. Gehe nach Hause. Hör auf zu trinken. Spiele mit der Tochter. Sei mit deiner Familie zusammen. Sie schaffen das schon. Ähm. For Daddy Work 2. Gehe nach draußen. Gehe nach unten. Ich, soll das uns jetzt heißen, dass er, also seine Familie irgendwas erlebt hat? Unfall oder sonst irgendwas? Und wir sind zu spät dazugekommen? Oder irgendwie so? Ich. Sind das Kühlschrankgeschichten? Die Kühlschrank overarching nahi. Was nicht sie Stella? Er ist schballs. Was nicht die Aufwärts? Wenn du mir ja nicht llegst. Wenn du mein genauer Kot